Harry Peel war ein deutscher Regisseur und Schauspieler. Leben Peels Vater war der Gastwirt Hubert August Peel, seine Mutter dessen Frau Agnes, geborene Meisen. 1896 zogen seine Eltern mit ihm nach Düsseldorf, wo sie eine Kantine, ein Hotel und später eine Restaurant betrieben. Nach dem Besuch der Volksschule in Benrath und des Gymnasiums in deren Dorf wollte er zunächst mit einem Wanderzirkus umherziehen. Sein Vater beendete dieses Abenteuer und brachte ihn 1909 als Kadett auf einem Segelschulschiff unter, der Großherzogin Elisabeth, der heutigen Duchess Anne. Wegen eines Herzklappenfehlers musste er abheuern und begann eine kaufmännische Lehre, die er 1911 abbrach, um in Paris Kunstflieger zu werden. Aber schon ein Jahr später begann er wieder etwas Neues. In Berlin gründete er die Kunstfilmverlagsgesellschaft und drehte, als Regisseur, Drehbuchautor und Produzent in einer Person, seinen ersten Spielfilm Schwarzes Blut mit Kurt Götz in der Hauptrolle. Peel kann somit als einer der frühesten Autorenfilme angesehen werden. Noch 1911 wurde seine zurückgelassene Freundin Mutter. Weitere Filme sollten im Abenteuer und Sensationsgenre folgen, in denen immer mehr Action eingebaut wurde. Bald erhielt Peel den Beinamen, Dynamit-Regisseur, da er einen Sprengmeister kannte, der ihn mit Informationen über bevorstehende Objektsprengungen versorgte, die Peel geschickt in seine Filme einzubauen wusste. 1915 wurde Peel das Hinter-der-Kamera-Stehen zu langweilig und er begann, auch vor der Kamera zu agieren. Sein Versuch mit einer eigenen Produktionsfirma Harry Peel & Co. Berlin Fuß zu fassen begann und endete aber im Jahr 1915 mit dem Film Das Verschwundene los, zu dem er auch das Drehbuch beisteuerte. Der erste Film mit ihm als Hauptdarsteller, Die große Wette, kann dem Science-Fiction-Sujet zugerechnet werden, musste er sich doch mit sogenannten Maschinenmenschen auseinandersetzen. In unter heißer Zone wurden erstmals waghalsige Raubtier-Szenen eingebaut, was Peel in weiteren Filmen, teilweise nach eigenen Dressuren, immer wieder aufgreifen sollte. Es folgten eine Reihe von Filmen um den von Heinrich Schroht dargestellten Detektiv, Joe Debs. Mit dem Film Der große Unbekannte begann er unter dem Namen, Harry Peel, auch international bekannt zu werden. 1927 spielte er sogar in einer Doppelrolle mit Marlene Dietrich zusammen in dem Film Sein größter Bluff. Ebenfalls 1927 heiratete Peel in zweiter Ehe die Schauspielerin Derry Holm, die auch in einigen seiner Filme die weibliche Hauptrolle spielte. 1928 gründete Peel mit der Ariel Film bereits seine fünfte Firma, die bis zur Verstaatlichung 1939 Bestand hatte. In den Kriegs- und Nachkriegsjahren gab es einen volkstümlichen Reim. Harry Peel, sitzt am Nil, wäscht die Bienen mit Persil. Der Übergang zum Tonfilm machte Peel mit der Doppelgänger-Komödie Er oder ich keine Probleme. Bis 1939 sollten noch viele erfolgreiche Abenteuerfilme folgen, so Schatten der Unterwelt, Johnny stiehlt Europa, Das Schiff ohne Hafen, ein Unsichtbarer geht durch die Stadt, der Dschungel ruft und sein bester Freund. Dann begannen jedoch Schwierigkeiten, als der Film Panik wegen allzu realistischer Darstellung von Luftangriffen verboten wurde. 72 Negative von seinen Filmen, darunter fast alle Stummfilme, wurden bei einem Fliegerangriff vernichtet. In der Endphase des Zweiten Weltkriegs nahm ihn Josef Goebbels in die gottbegnadeten Liste der Schauspieler auf, die er für seine Propagandafilme benötigte. Dadurch wurde Peel vor einem Kriegseinsatz, auch an der Heimatfront, bewahrt. Nach dem Zusammenbruch des Dritten Reiches wurde Harry Peel, der am 1. Mai 1933 der NSDAP beigetreten sowie förderndes Mitglied der SS gewesen war und dies zunächst verschwiegen hatte, mit sechs Monaten Haft und fünf Jahren Berufsverbot belegt. Nach seiner Entnazifizierung gründete Harry Peel dann 1950 in Hamburg erneut die »Ariel-Film«, mit der er jedoch nur noch mäßigen Erfolg hatte. Nach einem seiner letzten Filme, »Gesprengte Gitter«, der nach einem umgearbeiteten Skript von Panik gedreht wurde, zog sich Peel aus dem Filmgeschäft zurück. Er starb an den Folgen eines Gehirnschlags in einer Münchner Privatklinik. Er ist beerdigt im alten Teil des Waldfriedhofs in München. Der Schauspieler Ralf Morgenstern ist ein Großneffe von Harry Peel.